Ja, hallo. Da bin ich mal wieder nach längerer Zeit. Bäh. Und das HG widerlich und grässlich. Ja, jetzt geht's. Ja, ich hab jetzt ein bisschen Stress mit Schule gehabt und so. Oh, wer kommt denn hier? Ja, 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 ja. Bäh 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 bäh. Oh, gepowned. Obwohl die mich hier gepowned haben. Na egal, auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder ein paar mehr Aufnahmen. Sind ja jetzt auf Ferien. Und ich werde jetzt hier eigentlich auch hier noch eine relativ kurze Session machen. So, dass wir ein, zwei Passball rauskommen. Ja, ich geb ihnen eine Faust. Toll. Typisch so viele Kisten und nichts drin. Bam 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 bam. Ah, noch mehr? Ah. Oh. Ah, das sieht gar nicht lustig aus. Lass mich das Fleisch von diesen hübschen Knochen reißen. Lass mich aufregen oder was? Will ich mal fettig machen? Oh, ich denke es ist gut. Oh, ich denke es ist gut. Hochschreiben. Teilweise Gesundheitsaufgabe. Egal, mache ich. Ja, flämt mich für die Framerate. Ja, flämt mich für die Framerate. So. Oh Gott, was für eine Verschwendung. Lauuu. Genau, halt es hoch. Ah. Die Fette können mich jetzt auch heilen. Das ist gut. Achja, ich werde wahrscheinlich wieder unpassenderweise cutten müssen. Weil ich jetzt bei der Uhrzeit mir jetzt spare. Hm, was geht denn hier alles rum? Hebel, Hebel, Hebel. Ja, ich spaß mir jetzt um die Uhrzeiten weckern und das zu machen. Uh, der Kampfleister ist gut. Heilung. Das kann noch nicht getan werden. Oh Gott. ich kenne, sagte er, ich werde schlafen. Ich habe mich nicht so gesehen. Oh Gott. ich kenne die Erachter. Ich muss die Erachter nicht aufhalten. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Oh! Alright, nächstes Mal mach dir noch Skype aus. Was wär in der Kiste runter? Ach ne, ich hab gesteckt auf. Leute, da hat der Kopf einfach mal abgenommen. Smashter. Hä? Ich paune euch und her, ich paune euch alle. Ah. Mhm. Ich geh nur ein ganz kleines bisschen auf. Das merkst du auch nicht. Okay. Das wird gut, der gibt's nämlich. Kombi-Bonusse für... Einschränkung, reine Schwertaufgabe. Okay, das schafft. Ja. Reine Schwertaufgabe. All które machen. Genau. Ich Ja. Ja, ihr hört mich, denke ich, auf Controller-Tasten drücken. Das ist halt das, was ich euch im letzten kurzen Part auch schon gesagt habe, da ja nur eine Minute ging. Aber da war ja, wie gesagt, halt nur ein Status-Update gedacht. Oh, wie viel ihr halt bekommen? Hm. Auch cool. Das ist der Weg durch das. Ich entschuldige mich hier aber auch für diese erbärmliche Frameway, die ich gerade habe. Und... Nervleinfach. Mit Geschirten wechseln deine Angriffsgewertungen, verteile deine Angriffsgewertungen auf mehrere Gegner und benutze zeitliches Abfall zwischen den Angriffsgewertungen und den Anzeigeschleiter aufzubauen. Wenn die Anzeige durch die Symbole angezeigt Stufen erreicht, erhältst du die jeweiligen Belohnungen. Yeah. Cool. Pan. 1 von 4. Das ist dann halt so ein Boni für Verteidigung und Angriffe und so ein Kram. Schlüssel rein, der natürlich viel zu klein ist, aber... Versteht natürlich auch alle stufenlosen Sand, was auch ganz cool ist. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Das wäre es echt wieいつ noch profitiert, denn höre sie irgendwo ja möjlich viel rauskommt. Oh Gott. Oh Gott! Und das wäre eine Just isolation довольно ähnlich. Oh Gott. Und das wäre nällig. Und das wäre münd. Was? schlups nur leider solange ich nicht angreife sieht man ja geht diese Leiste ziemlich schnell wie er den Bach hinunter Paul hm schlup 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 hu Ich werde mal ein bisschen abkürzen. Na komm, ihr könnt ruhig ganz aufgehen. Ich weiß, die meisten hätten sich gesagt. Ööööö, VERSCHWENDUNG.... Warum hast du das getaau ich aber sage, dass da überhaupt was Großchilie sein könnte Ach, was ist der Auxcom? Ich dachte hold ela wäre der Eingang noch gewesen. Och... symbolism.. Lauf, den Weg durchs Trax, lauuuf! Zerschnitte diese Eile! Ähm, hallo? Schon alles rausgekommen oder was? Oh, nein! Schön, dass sie dich dazu entschieden hast, aufzugehen. Ah, ne, hier komm... Also, da komm ich auch noch hin. Und heute mal den Umweg. Ah, jetzt sind wir hier beim Schiff. Ah, das war jetzt dumm. Braucht ihr mir nichts zu sagen? D отделem das Schiff. Vielen Dank.